Manche Menschen denken am besten im Sitzen, andere am besten im Gehen. Ich denke am besten im Stehen, im Lift. In einer weichen Decke liegen, von der eigenen Körperwärme eingehüllt, vom Duschen am Abend ganz rein und duftend. Ich liebe es zu schlafen. Und damit ich merke, wie schön das ist, stelle ich den Wecker immer ganz, ganz früh. Claudia ist Frühaufsteherin. Eigentlich sollte man mit so einer nichts zu tun haben. Die glauben immer, das Aufstehen ist super lässig und angenehm. Stimmt natürlich nicht. Ja, immer wieder zwingt uns die Welt Ja zum Leben zu sagen und aufzustehen. Ich hab dir Kakao gemacht. Kommst du? Aufstehen oder liegen bleiben? Das ist hier die Frage. Hinlegen heißt Ja sagen zum ewigen Leben. Ich jedenfalls stelle mir das Paradies genau so vor. Aufstehen bedeutet, das Paradies zu verlassen. Also warum sollte ich? Nur im Kampf stehe ich gerne auf. Da macht es ja auch Sinn. Da ist man ja nicht in einer schönen Situation. Meine Blase rebelliert auch schon. Jetzt stehe ich aber lieber auf. Und jetzt ist sie weg. Jetzt ist eine Haut auf dem Kakao gewachsen. Na super. Umsonst aufgestanden. Bis zum Abend war ich dann in schlechter Stimmung deswegen. Und es wurde überhaupt nicht besser. Ich hab das Bier und Wurst Spiel gegen andere verloren. Bei dem Spiel rennt man aufeinander zu. Und der Gewinner kriegt dann ein Würstel, weil er stehen geblieben ist. Und der Verlierer? Naja, der muss ihm halt ein Würstel und ein Bier zahlen. Aber ich hab diese Regel gebrochen. Wurde nur für mich bezahlt. Andre hat da gleich einen Aufstand gemacht und ist abgehauen. Weil ich die Ehre dieses Spiels verletze. Und jetzt geht's fast und dass ich so drauf bist. Okay, ich hab das noch mal in diese Zeit müssen. Ich bin ja, ich bin ja immer gut um. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Und ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Und ich bin ja, ich bin ja. Eine Allein-Lucht-Sächte-Nacht war dann das Ergebnis. Und in der Früh begegnet mir dieser Frühaufsteher Jogger. Versager. Die sind sicher total verzweifelt. Die würden nicht so penetrant und so früh und so glücklich in der Gegend herumlaufen, wenn sie ein warmes Nest daheim hätten. Jetzt, was rennt denn so deppert, ha? Aber 100 pro. Ich kann nur noch sagen, raus aus dem Leben und rein ins Bett. Du hast dann schon mal ge humble. Untertitelung des ZDF für funk, 2017